Liebe Sängerinnen und Sänger, liebe Freunde der Chöre am Mainzer Dom, es gibt Musik, da werden dicke Bücher darüber geschrieben und sich die Köpfe zerbrochen. Und es gibt Musik, die rührt das Herz an. Vielleicht so wie ein schöner Maientag. Oder so wie es gar keine große Theologie braucht, wenn man auf Maria schaut, auf ihr Ja, auf ihre liebende Sorge zu Jesus, auf ihre Sorge zu uns. Eine solche Musik in diesen Maientagen bekommen wir jetzt geboten von zwei Sängerinnen der Kantorei. Viel Vergnügen und ich sage auch eine gute Andacht. Siegne, du Maria, segne mich, dein Kind. Lass mich hier in Frieden und in Frieden fliehen. Siegne all mein Denken, segne all mein Tod. Lass in deinem Segen Tag und Nacht mich ruhig. Lass in deinem Segen Tag und Nacht mich ruhig. Lass in deinem Segen Tag und Lynn auch Public Network. Lass in deinem Segen Tag und Nacht mich ruhig. Lege du, Maria, fahrend dir mit dir. Deine Mutter sehen, ihnen täglich lieb. Deine Mutter sehen, reiht auf alle Bars, flieg mit alle Herzen, flieg mit jedes Bars. Flieg mit alle Herzen, flieg mit jedes Bars. Flieg mit alle Herzen